So liebe Genovenbücher und Stritze-Freunde, hätte ich fast noch vergessen, ein Geheimnis zum offenbaren. Mir hat es natürlich auch schon im Radio gespielt, aber ohne Plattenvertrag, ohne Produzenten, ohne irgendwas. Ich habe da so den 88 Sex-Rap gemacht, da waren die recht gut drauf damals, arge Musik gespielt. Und habe denen das vorbeibringen, wo ich mir dachte, schießt rein, in der NXT, die spielt das alles live und super, alles erledigt. Da kommst du in eine Abteilung, da sind 1 Million CDs und Schallplatten drinnen, die hochen den ganzen Tag Musik und die haben sich das halt angehocht und dann haben sie gesagt, naja, puh, ist halt nicht ganz unsere Musik, wir sind so ein Rocksender, das ist Rapmusik und es ist auch sehr Alexander-Nausner-lastig, Grüße gehen raus an Alexander-Nausner, du Lauser. So. Auf jeden Fall haben sie gesagt, wir werden sich schauen, ob sie das irgendwann einmal einbauen können in einer Show. Ich habe natürlich Auftrag jeden Tag und nix ist gekommen, eh klar. Wie ich eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass dann irgendwas passiert in diese Richtung geht, habe ich einen Anruf gekriegt von einem guten Freund, Grüße gehen raus an Winnie mein und der sagt zu mir, heißt Tommy, pass auf, übermorgen spielt es der Lied um 7.15 Uhr auf 88.6 Uhr. Sag ich, puh, ein Orgner, wie auf einmal und warum weißt du das? Sag ich, hörst du, ich hab das an Frankfurt gespielt, im Popschi und der ist dann einfach hingegangen mit der CD und gesagt, spielst du das jetzt da? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja passt. Also, sie haben es dann gespielt, zwei Tage später, genau um 7.15 Uhr, meinen 88.6 Rap. Danke dafür. Meine Grüße gehen raus an Winnie mein, an den Robert und an den Alex Nausner für diese herrliche Geschichte. Geht aber nicht immer und schickt nicht Leute hin mit irgendwelchen Sachen, dass die gespielt werden im Radio. Hat nur bei mir funktioniert, zufällig. Ja. Okay. Jase Kapitän. Ja. Jae. Men.